Nicht was, sondern wer. Der schlimmste Mann, den es auf Skellige je gegeben hat. Nichts war ihm heilig. Er plünderte die Ländereien seines eigenen Clans. Mhm, ich kenne solche Typen. Es hieß, er fürchte nur eins, und dies heimlich. Den Zorn der Götter. Morgwag beschloss, alle eines Besseren zu belehren. Auch sich selbst. So kam er nach Hindarsfjall und den... Die Erzpriesterin Ulve verstellte ihm den Weg. Er erstach sie und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete... Morgwag? Nicht der Sch... Es hieß, die Erd... Geht es genau? Mehr kann ich dir nicht sagen, da ich ihn selbst nie gesehen habe. Ja? Du könntest mit Torda, Sohn des Einam, sprechen. Er hat Morgwag... Er wohnt in Larvik. Leb wohl. Möge die Göttin dich... Gute Mutter. Seine neue Gefangene. Sie kommt aus Nürnberg. Hilfgarten, weißt du? Nicht ein Segel am Horizont. Jedes Jahr werden es weniger Pilger. Verrascht dich das? Alter. Oh Mann, Junge. Ich hoffe, das kannst du gerade mal in Schlaubleich speichern. Letzte Nacht war. Oh!